Servus Leute, was geht ab? Heute ein neues Video. Heute werde ich mähen und Lukas schwadet hinter mir her, würde ich sagen. Kann man euch sagen? Können wir anfangen, oder Lukas? Ja. Mit dem werde ich erst mal den Rand reinschwaden. Frag mich nicht, warum ich rückwärts fahre. Ich habe Fahrtrichtung geändert und ja. Den werde ich hier reinschwaden mit dem Kleinen, damit ich erst mal den Zaun hängen habe. Wir werden, denke ich mal, auch nicht alle Felder schaffen. Aber wir werden mal sehen. Ups. Hat niemand gesehen. Den kann der Zaun. Da hinten. In einer Ecke. Also hier ist schon noch eine Ecke, ne? Jaaaa. Mach die jetzt weg, sonst kann ich nicht anfangen. Wo denn? Das bisschen da. Ja, aber was. So. Model, ey. Äh, echt. Kurve. Wieder verstehen. Gehen gelassen. Perfekt. Passt. Wieder was stehen gelassen. Passt. 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 Auf. das, was ich notes geschrieben habe. Aber Lukas, bei dir ist es ja auch schon öfter passiert, ne? Ja. Ja. Deswegen ist das ja nicht so schlimm. So doch einmal rum, die Ecken nehm ich dann gleich nochmal drüber, dann pass aus. So, so. Hier, die kam nicht ordentlich. Hä? Alles gut. Ja, ja, ich sag, ich geb dir gleich mal ordentlich hier. Ich mache das noch. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Brauna. Guck schon, es ist weg. So. So. Dann haben wir das Feld jetzt auffällig. Welches ist erst als nächstes? Äh, Feld, ey Mann, was ist das? Mann. So. Äh, Feld 62. Okay. Dann fangen wir jetzt hier zu fahren. So. So. Ich hab halt hier Fahrtrichtung Ende. Geändert. Oder gewechselt. Wie man sagen will. Ja. Mhm. Ja. 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 Ja, was ist das denn jetzt? So. So, jetzt. So. Nächstes Feld angefangen. Let's go. Lass dir immer auch gerne ein Like und ein Abo da, das würde uns sehr freuen und unterstützen, weil wir wollen ja auch immer, ähm, äh, mehr, ähm, äh, ne, wie sagt man das? Scheiße. Keine Ahnung. Sorry. Puh. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Sorry, Leute. Äh, egal, egal. Äh, Lukas, zu den 320.000 fehlt uns noch ein bisschen Geld, ne? Ja. Weißt du für wofür überhaupt? Hä? Wofür? Weißt du wofür? Ja. Ja, für was? Sirius 9. Hä? Sirius 9. Sirius 9? Nein. Natürlich nicht. Der kostet nicht 320.000. 320.000 kostet genau einen Big M. Ach so, ich dachte jetzt. Das ist kein Sirius. Nee, den kaufen wir später noch. Ja. Da ist mein Big M. Da ist mein Big M. Da ist mein Big M. wenn wir uns Kühe holen sollen, weil wir haben schon fast das ganze Futter, was wir brauchen dafür. Noch nicht alles, aber das meiste. Und ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn wir dann die Mist und Gülle, also Mist halt, von den Kühen haben, dann können wir auch unsere Felder mal düngen und so. Lukas, ich würde sagen, ich nehme dann schon mal den kleinen Schwader und schwart außenrum. Nein, nein, alles gut, außenrum. Ich habe mich schon. Also du, außenrum. Ja, ich würde sagen, mehr als zwei Felder schaffen wir eh nicht, weil guck mal, du bist viel langsamer als ich. Eins geht zu machen. Eins machen wir noch. Und das Ding ist, aufsammeln machen wir heute nicht mehr. Ja, aufsammeln machen wir heute nicht mehr, das machen wir in einem anderen Video. Ja. Noch zweimal hier langfahren und dann haben wir es. Oh, hier ist er gar nicht für Durchfall. Oh, da waren sie auch, Leute. Fahrer-Künste sind nicht so bei mir am Start. Sorry dafür. Und schreibt uns auch mal gerne in den Kommentaren, ob ihr selber irgendwie so auf einem kleinen Hof lebt mit Pferden, Kühen oder irgendwas mit Tieren. Ja, schreibt uns das gerne mal in den Kommentaren. Ja. So, kann ich den jetzt schon aufklappen. Zack. Und so, und so. Hier rein mit. Zack. Dann machen wir das, sodass du. So, und so. So, let's go. 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 So better? Yeah. Okay. Wartet mal kurz, Leute. So, jetzt müsstet ihr mich besser hören. Sorry, wenn ich wieder so mal so leise war. Das war nicht mit Absicht. Manchmal merkt man das aber einfach gar nicht. So, das wird ein etwas längeres Video, aber wird auch schon klar gehen. Und ja. So, einmal rum. So zumindest blöd, weil man sieht da einfach nichts. Und da ist die, äh, der Radkasten am Weg. So. 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 Ich denke... ... So. 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 So, ich bin jetzt gleich fertig mit dem Feld. Ja, ich auch. Genau. Genau. Und jetzt habe ich noch mal eine Frage an euch. Was findet ihr besser, Fendt oder Deutz? Ja, Fendt oder Deutz, weil es mögen ja viele Fendt und Deutz, aber jetzt würde ich mal gerne wissen, wer was mehr mag. Also Fendt oder Deutz mehr mag. Ja. Das würde mich interessieren. Sehr interessiert. So, letzte Bahn jetzt hier. Zack. Schon dreckig mein Körper schon von oben. Meiner nicht, aber mein, ähm, meine, meine Frontlader-Konsole. Die ist, die sieht nicht mal so gut aus. Bei mir sind die Pedale und so dreckig. Und hinten noch irgendwo. Ja, und mein Mähwerk ist auch dreckig. So. Habe ich erstmal wieder Fahrtrichtung geändert? Ja, dann tausche ich erstmal dreck an und fahre den nach Hause. Wie so nach Hause. Grunde nicht. Bis du nicht fertig bist, dass du auch auf deine Hand. Was? Bis ich was? Bis du nicht fertig bist. Hä, wie denn fertig bin? Ich bin noch fertig. Ich bin noch fertig. Hä? Du musst doch noch schwaben hier. Ah, Türo. Ich verstehe dich nicht. Stell das mal hier hin. Was bringt der das? Ich weiß nicht, was du tun hast, bis du da mal hier bist oder da bist oder was weiß ich. Ich warte doch erstmal das andere Feld. Ja, das Video müssen wir doch jetzt beenden. Das dauert doch viel zu lange. Ja, ich weiß. Ja, also. Ja. Gut, dann war's das auch wieder mit dem Video, Freunde. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne wie immer ein Like und ein Abo da. Schreibt uns in die Kommentare, was wir euch gefragt haben, gerne. Wenn uns interessieren sehr. Deutsch ist da. Und ja, das war's von dem Video. Bis zum nächsten Mal. Video und ciao. 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 Vielen Dank.